Auch diese jungen Löwen sind echte Steirer. Erstmals in der Steiermark hat es im November 2019 Löwennachwuchs gegeben. Unser Löwenpaar Cäsar und Amira haben mit Spartacus, Maximus und Iberius einen Löwenwurf mit drei Jungs bekommen. Die Löwen sind nicht die einzige Attraktion in der Tierwelt Herberstein. Insgesamt sind 85 Tierarten, über 700 Tiere in Herberstein beheimatet. Es gibt Spielstationen für Kinder, aber auch Hunde sind hier gerne gesehen.